Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Miene-Kraft Mario Party mit der einzigartigen Spulele! Hi! Ich habe nur eine 2. Ich auch! Echt? Hi! Ich bin deine Spulele! Wie hast du dich genannt? Spulele! Spulele? Ja, leckere Spulele, Alter! Wow, das ist ein einzigartiger Hit, den wir hier gerade spielen! Ja, Slime Jump! Ich bin großer Fan! Ich nicht! Ich seh dich! LOL! Dein listen YouTuber! Alter, geil! Das ist nicht wahr, ne? Der macht Sachen! Boah, ich bin jetzt gar nicht auf der ersten Platten... Boah, bin nice, Alter! Ich bin stolz auf dich! Zwei dritte... Ja, spaßig... Du bist erster... Wie kannst du erster sein? Nein, jetzt falle ich hier gerade runter! Ach man, du hast es gejinxt! Oh nein, ich habe nicht gesehen, wo das ist! Alter! Was war das denn für ein Sprung? Ja, hier ist einer, der ist richtig ekelhaft! Also manchmal... Bei mir auch... Was geht in meinem Leben ab? Bist du falsch bei mir? Hey, oh geil! Danke für den Bug! Ach komm! Komm, komm, komm! Ja! Ich bin einfach nicht gesprungen! Komm, komm! Erster... Nein! Zwei... Ja toll! Och Mann! Wie? Echt? Du warst drauf und es ist nichts passiert? Ja, ich hing da an der Kante und es ist nichts passiert! Ach man! Komm! Und? Und? Da bin ich direkt traurig! Ah! Huah! Ne 6, nice! Ne 1! Ach schlimm! Da bist du... Alter, was ist das denn eine 4? Fausafeld! Drei Felder nach vorne! Ja! Leute, das ist wirklich... Das ist das Spiel! Hier wird es insgesamt eine 5! Ich war Zweiter! Er hat reingeschissen! Ey! So, bitte! Oh, jetzt! Bitte sei nicht verbuggt! Komm schon! Nein! Es hat nicht geklappt! Egal, beim nächsten Mal! Nee! Beim nächsten Mal, Leute! Okay! Schade, schade! Ich glaube, ich weiß, was du meinst! Bisschen Ordnungsschlängel! Ja! Ich kann nämlich deine Gedanken... Was denke ich gerade? Äh... Paletti ist... Oh Gott! Fast tot! Schade! Ich habe jetzt gerade in meinem Kopf forciert, dass du... Dass du denkst, ich würde irgendwie was mit Toiletten denken! Und was passiert, du? Keine Ahnung! Enttäusch mich einfach! Es tut mir leid! Ich bin enttäuscht! Was ist? Keine Ahnung! Ich mag Toiletten! Ich auch! Ich esse gerne davon, wenn die dreckig sind! Da sitze ich immer mit meinem Handy... Oh, ich werde sterben! Scheibe! Wow! Wie sch... Ich bin tot! Wie schlecht war der Sprung denn? Was? Das war... Ich bin einfach... Ich bin einfach bei einem Dreiersprung gestorben! Alter! Kann ich gewinnen? Das hab ich ja gar nicht kommen sehen! Kann ich bitte gewinnen? Ja, bist du hasse! Nee, das... Das sind ja noch voll viele! Nee, nee, du hast gewonnen! Nee, hab ich nicht, Menjel! Ich werde jetzt... Nee, nee! Schaffste! Und, nach links! Genau! Nach rechts! Nein! 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 Jetzt hast du mich verwirrt! Nein! Ach, Gott! Ja, weil du gesagt hast, ich sollte auf die andere... Ich hab dich gewarnt! Nee, du hast mich nicht gewarnt! Du hast mich in ne tödliche Falle gelockt! Ach, Toiletten-Willi! Ach, Toiletten... Komm! Ah! Ne fünf! Ah! Ne drei! Oh! Ne zwei! Ne! Da siehste, das ist fair! Ja! Oh, noch ein Bowser-Feld! Wieder zwei Felder nach vorne! Geil! Echt jetzt? Ja! Jetzt echt? Ja! Wurde einmal drei und einmal zwei nach vorne geworfen! Aber dir wünsche ich jetzt noch eins! Bowser wird dich niemals nochmal nach vorne schicken! Doch! Und wenn doch, dann meine ich... Bowser und ich sind groß! Warum müsst ihr überhaupt von den Chamber, Alter? Wer will denn so ne Scheiße? Ich? Mag's eigentlich! Oh! Ich hab wen getodet! Äh, es, es... Fühlt sich flüssiger an als sonst! Merkst du's? Ja, das... Ja, na ja! Äh, äh, äh! Ach Mist! Komm her! Wow! Das hat sicher gelohnt anzuschließen! Da ist einer! Ja! Spitze! Nein! Völlig daneben! Ja! Spitze! Jo! Der hat uns beide abgestaubt! Ach, Mann! Beide gegenseitig abgestaubt! Ja, volle Kanne! Ins Mull! Schön! Nein! Ich hab ihn aber noch bekommen! Du mieser Harald! Oh doch, da leckt's wieder ein bisschen! Oh ja! Nein! Da werd ich schön lecken! Och, Mann! Hör doch auf, sowas zu sagen! Spalle! Ja, genau! Klau mir den Kill! Du mieses! Nee! Geht das? Wie hey? Was für hey? Ja! Ja! Das war ein geiler Aim! Du bist auch ein geiler Aim! Hast du Aim-Bot? Hab ich! Hab ich scheinbar! Wow! Oh! Oh! Ja! Ach, Mann! Nein! Es hat gelegt! Na, natürlich! Was war das für ein Sandwich? Och, nein! Nein! Ich hab schon wieder einen kassiert! Doch auf! Hey! Mann! Genau! Ey! Der wurde... Der wurde so abge... Ich seh keine Gegner! Ich seh keine Gegner! Was war das für ein Hacker? Och, Mann! Ich kriege gar nichts mehr! Mist, ich hab dich fast von oben getötet! Nur Dritter! Du Maschine! Ja, so gegen... Die letzten 30 Sekunden hab ich einfach niemanden mehr getötet! Ich hab am Anfang richtig gerockt! Ja, ich auch! Alter, da war ich krass! Und dann hab ich... Da hab ich reingeschossen! Aber ich glaub, da war ein Hacker! Eine Eins! Echt? Alter! Schlingjöl, Alter! Heute ist absolute Zerstörungszeit! Komm! Tu's! Was denn? Du wurdest zurückgesetzt! Ich glaub, ich hab uns da vier gewürfelt und wurde vier zurückgesetzt! Alter! Das wird wieder so ein Negativ-Rekord! Aber ich kann also... Keine Ahnung! Also, dass ich gerade bei heißer Boden gestorben bin, war echt schlecht! Aber sonst... Ey, jetzt... Das wird noch ne Aufhung jagt! Ich glaub auch nicht! Das ist doch dein Spiel! Leute, ich weiß schon! Er wird jetzt drauf gehen! Oder er tötet mich! Eins von beiden! Viele Alternativen gibt's auch nicht! Naja, du kannst ja auch von jemand anders getötet werden! Das gibt's gar nicht! Sowas! Ich hör doch schon wieder ihn! Oh Gott! Ich spür das Böse! Oh ja, ich spür auch das Böse! Hm... Ist hier... Oh, da ist jemand! Da bist er! Du hast ein Eisenschwert! Nein! Ich bin gestorben! Oh mein Gott! Das Drumherumdrehen! Es ist mein Leben! Warum hast du zwei Eisenschwerter? Was bist du denn? Oh! Oh! Okay! I wanna live forever! Nichts über meine Geräusche? Nö! Ganz normal! Ganz natürlich! Die sind... Die sind wie... Balsam für die Seele! Ja, ja, ja! Das ist der Hacker! Das ist der Hacker mit der Range! Hä? Der... Ja, auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Es kann nicht sein, dass wir zweimal einer mit einer Range so merkwürdig auffällt! Ui! Naja, nichts ist unmöglich, ne? Kannst du sagen, ja, aber... Ich... Ich denke... Ich denke... Ne, ich denke... Oh, was? Bist du noch... Bist du noch... Bist du noch da? Ne! Kannst du bitte... Kannst du auflegen? Auflegen? Von... Ne, ich bin gerade mit Manuel in der Runde, ja! Ach so! Ja! Ach, er kommt heute Abend noch zum Essen! Ja! Okay! Was, ich komme zum Essen? Ich wurde eingeladen! Ja! Ja, ich liebe dich auch, Baby! Ja! Oh, was? Das willst du heute Abend anziehen? Oh! Das hat Manuel dir gekauft! Okay! Okay, das kann jetzt echt ein bisschen krank! Das hat Manuel dir gekauft! Ah! Ihr wartet zusammen! Oh! Ja! Ja! Okay, ja! Tschüss! Tschüss! Mann, alles Lügen! Puh! Alles Lügen... Jetzt... Komm doch her! Hashtag RealTalk, Alter! Nein! Nein! Ich will doch ein Kill! Ich will doch nur einen... Hey! Hallo! Ey! Du warst bei mir! Du kleiner Stalker! Hab dich gestalkt! Ja! Gesteigt? Nee, das nicht. Guck mal, jetzt kommt ich auch voll jagt! Der Anfang ist auch voll jagt! Ja! Ja. Was hast du? Eine Eins und eine Sechs. Ich habe eine Sechs gewollt. Junge, ey. Aber ist doch schön, du hast gewonnen. Ich habe jetzt ein mehr als du bekommen. Ja, ein Feld hast du aufgeholt. Das ist echt spitze. Ist das krass. Das ist wirklich spitze. Also Glück in Spielen habe ich echt nicht. Ja, manchmal. Ne, das wegt niemals mein Pech auf. Niemals. Komm schon, komm schon. Ja. Ja. Nein, jetzt geh doch da. Ey, das ist ja. Ich habe das Erste verkackt. Wie das denn? Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Ich wollte auch nicht. Natürlich. Traurig, weil ich bin im Ziel, ja. Das war klar. Das war klar. Da hast du dir zum ersten Mal einen verdienten Würfel geholt. Oh, da kommt aber auch der Winkel angesauft. Ja, aber wie ein junger Gott. Wie einfach ist denn das Letzte? Ich finde immer nur das Erste schwer. Ja, das Erste war jetzt auch doof. Das ist immer nicht... Ey, die sind noch bei 400. Sind die noch beim Ersten? Ich glaube schon, ja. Ey, die sind halt echt beim Ersten. Ja, das ist doch kein Verbrechen, ne? Doch. Können wir uns ein bisschen über Mauspads unterhalten? Oh ja, das willst du also. Ach stimmt, es gab bei Sims ne Umfrage, Leute. Oh. Äh, glp.tv slash pad. Da kann man hingehen. Geh, geh ich mal, warte mal, ich geh jetzt auf glp.tv slash pad. Und wer wer ist vorne? Du hast gezählt, Alter. Ich warte für Puffi. Echt? Oh, Schlengjöl führt. Schlengjöl und Klumpi. Ja, ja, Puffi hat keine Chance. Ne 6. Oh nein, nur ne 3. Und ne 5. Was? Ist das etwa... Und ne 4. Aber du bist im Ziel. Ne, ich bin... Ich brauch noch... Nein, ich brauch noch 11 Felder. Was? Ja. Hä? Ich bin Dritter. What? Also ich bin 12 Felder hinter dir, aber hey. Na, du... Wir wissen, 12 Felder sind echt nicht viel. Na, aber da du echt nur noch 11 brauchst, es geht. Ich könnte noch gewinnen, aber unwahrscheinlich. Hier, wo ich spawn, ist keine Kiste. Entschuldigung. Hier ist keine Kiste. Das hast du irgendwie öfter, ne? Kann das sein? Ja. Da war schon einer dran? Oh nein. Oh nein, bitte. Da war auch schon einer dran. Ja, ach Gott. Hallo. Da war auch schon... Ja, und jetzt war die von der Seite... Ach komm. Du bist tot. Das war wirklich übelst doof. Mann, er hat den einen voll fertig gemacht. Komm, meine von uns an. Oh, da ist er, der Splasher. Was? Der war One-Hit. Nice. Danke. Du bist ja sehr großzügig von dir. Ja, ja, ich war... Ich war das. Ach so. Ja. Da ist er einfach geflohen, der Junge. Und wurde dann von mir weggephrased. Gephrased? Da, der ist nackt. Der ist schön. Nein, nein, der gehört mir. Ja, nein, 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 nein. Nein, lass mich doch. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, Hilfe. Alles gut? Ja, ja, aber nie. Alles gut. Oh nein. Oh Gott. Zwei Kills. Da ist einer und da ist einer. Ich hole mich ja den letzten... Den vorletzten anderen Typen. Geht auf den... Nee, geht er nicht. Verdammt. Oh oh. Nein. Hör. Oh oh. Kein Sandwich, Leute. Kein Sand... Ich mag Sandwich, aber nicht so. Oh. Oh, schnapp ihn hier. Komm, komm, komm. Nein. Schnapp dir die Beute ab. Ich denke, ich hab den Kill bekommen. Ja, nice. Und jetzt mach ihn platt. Ja. Oh, mit nem Holzschwert. Alter. Absurde Kampfmaschine. Komm schon. Bitte keine Eins. Nicht die Fünfte oder so. Ich hab ne Eins. Ich auch. Alter. Wie geht das? Wie geht das? Und du hast ja auch irgendwie sieben Felder Plus bekommen durch Bowser. Fünf. Fünf. Aber ist trotzdem krass. Wie sich das... Vor allen Dingen, du warst ja so weit hinten. Und wie sich das alles wieder zusammengezogen hat. Das ist krass. Ja, wie ein Kaugummi. Oh ja. Hast du ein Kaugummi für dich? Nee. Alter nicht. Warte. Kann der eine mal bitte... Och Mann, ey. Junge. Nein. Du Mieses. Nein. Nein, ich bin tot. Oh. Das ist jetzt meine Chance. Hä? Nein. Hey, ich hab die benutzt. Ich hab die auf jeden Fall in der Hand gehabt. Ach ja, das kenn ich. Hä? Das kenn ich. Ach Mann. Egal. Zweite ist gut. Und? Wieder eine Eins. Ich hab auch eine Eins. Leute, was ist das? Was ist denn das? Das ist irgendwie meine fünfte Eins. Oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Aber ich hab auch nur eine Eins. Junge, was ist das? Aber stimmt, du bist echt noch nicht im Ziel, ne? Nee, nee. Und ich war ja nun Kaugummi. Hätte ich da jetzt mal irgendwas ansatzweise Gutes gewürfelt. Wow. Erinnert war weiter. Nee, nee. Ich werde davon nicht betroffen. Okay. Ja, sieht alles noch im grünen Bereich aus. Ja. Lauf. Ich renne einfach durch. Ja. Ja, war zweiter. Was? Ich war doch im Ziel. Bitte was? Ich dachte, dass ich vererste. Ich war gleichzeitig im Ziel mit dem Klang. Wieder eine Eins. Alter. Das ist einfach, das ist wirklich einfach krass, ne? Stell dir mal vor, das wären alles irgendwie fünfen gewesen. Oder vieren. Was ja nicht mehr so krass ist. Ich wäre schon... Jetzt bin ich vierter dadurch geworden. Ich wäre schon... Keine Ahnung. Seit fünf Runden im Ziel. Alter, krass. Das war doch eine Spitzenrunde, oder? Ja. Ja. Ja, fand ich auch. Dann bewerte den Part. Schaut in die Beschreibung, das ist Paul-Legel. Da gab es heute eine Runde Sims 4. Und morgen gibt es da Mörder. Tschüss, Leute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.